US-Wahlkampf sorge um Trumps Laune bei TV-Debatte gegen Harris Der kommende TV-Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris verspricht, eines der spannendsten Duelle der US-amerikanischen Geschichte zu werden. Experten und politische Analysten zeigen sich jedoch besorgt über Trumps Stimmung, die sich erheblich auf den Verlauf der Debatte auswirken könnte. Insbesondere Trumps unvorhersehbares Verhalten und seine Vorliebe für Kampfansagen stellen ein Risiko für den reibungslosen Ablauf des Duells dar. Seit Monaten bereiten sich sowohl Trump als auch Harris intensiv auf diese Debatte vor. Während Trump sich bereits auf seinen gewohnten, provokanten Stil vorbereitet hat, befürchten Berater, dass seine Laune aufgrund des Drucks, der durch seinen umstrittenen rechtlichen Status entsteht, negativ beeinflusst wird. Es wird berichtet, dass Trump sich in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen unberechenbar gezeigt hat. Was für seine Anhänger sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche darstellen kann. Die Möglichkeit, dass er emotional reagiert, könnte die Debatte in eine unerwartete Richtung treiben, was Harris und ihr Team vor Herausforderungen stellen würde. Harris, die derzeit Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ist, wird darauf trainiert, Trumps Angriffe strategisch zu kontern. Analysen zeigen, dass sie auf der Seite von Emotionen und Gefühlen ansprechen wird, um Unterstützung bei den Wählern zu gewinnen. Die Befürchtung, dass Trump während des Duells Dissonanzen auslösen und die Debatte in eine polemische Richtung lenken könnte, sorgte für Besorgnis bei Harris' Beratern. Sie heben zudem hervor, dass Trumps oft aggressive Rhetorik sowohl eine Gefahr als auch eine Chance darstellen kann, abhängig davon, wie Harris darauf reagiert. In der Vergangenheit hatte sie gezeigt, dass sie bereit ist, entschlossen einzuschreiten, um ihre Standpunkte zu verteidigen. Eine wesentliche Frage bleibt, wie Trump auf Harris' Argumente eingehen wird und ob er in der Lage ist, professionell zu bleiben. Berichten zufolge konzentriert sich das Team von Trump darauf, seine Emotionen zu kontrollieren und ihm dabei zu helfen, nicht in persönliche Angriffe zu verfallen. Diese Ansätze könnten entscheidend dafür sein, wie die Zuschauer das Duell wahrnehmen. Gleichzeitig betonen Analysten, dass das gesamte politische Klima und die gesellschaftlichen Spannungen einen weiteren Einfluss auf die Dynamik der Debatte haben könnten. Die bevorstehende Debatte wird auch durch den Hintergrund intensiver politischer Diskussionen und gesellschaftlicher Themen geprägt sein. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Bei Fragen zu Themen wie Gesundheit, Wirtschaft und sozialer Gerechtigkeit könnte Harris versuchen, Trump mit dessen früheren Aussagen zu konfrontieren. Diese Taktik könnte sowohl ein Versuch sein, Trumps Glaubwürdigkeit zu untergraben, als auch, sich als stärkere Kandidatin zu positionieren. Das Team von Harris glaubt, dass sie die Debatte nutzen kann, um sich mit den Werten und Erwartungen der Wähler zu verbinden. Das Interesse an diesem Duell ist bereits jetzt enorm, sowohl in den Medien als auch unter den Wählern. Umso mehr hoffen alle Beteiligten, dass das Duell nicht in einer Negativspirale endet, sondern auf einer sachlichen Ebene bleibt. Letztlich könnte der Verlauf der Debatte einen enormen Einfluss auf das Wahlkampfgeschehen bis zur Wahl im nächsten Jahr haben. Autor Anita Farke, Montag, 9. September 24